Dieses zu erwerbende 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Bad Oden-Allendorf. Das im Jahr 1951 erbaute Haus wird über eine Ofenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. 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 Der Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1046 m2 weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 76 m2 auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 55.000 Euro. Wohntraumimmobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.